Ich bin Marina Weisband, ich bin Jüdin, ich bezeichne mich als nicht religiös, aber gläubig. Und das ist Elia Havemann. Er ist zugeschaltet aus der Nähe von Tel Aviv. Hallo, ich bin Elia Havemann, ich wohne, wie Marina schon richtig gesagt hat, in der Nähe von Tel Aviv. Ich bin ein sogenannter modern-orthodoxer Jude, das heißt, ich lebe das Judentum religiös, sehe aber nicht so aus, ich habe T-Shirt und Jeans an und bin konvertiert, komme aber aus einer jüdischen Familie. Also für mich war das mehr so ein Heimkommen und lebe seit gut zehn Jahren in Israel, arbeite im Hightech und mache nebenbei kleine Videos, zum Beispiel mit Marina. Tatsächlich ist das das erste kleine Video, das wir machen. Wir haben uns auf Twitter kennengelernt, weil mir eine Sache passiert ist. Und zwar erreichen wir den Meilenstein von 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland. Und ich habe mir gedacht, machst du ein kleines Video dazu und fragst mal auf Twitter, was ich vielleicht noch erwähnen soll, was die Leute interessiert am Judentum und habe gefragt. Und ihr habt mir geantwortet. Ihr habt mir 450 Fragen gestellt zum Judentum. Und ich habe vor, sie zu beantworten. Nicht ganz alle. Ich habe die 80 am häufigsten gestellten rausgesucht, die so einzigartig waren. Und wir machen eine kleine Videoserie. Und warum mache ich es mit Elia? Erstens, zwei Juden, drei Meinungen. Ich kann nicht für alle Juden sprechen, offensichtlich. Ich habe nur eine sehr eingeschränkte Erfahrung und ich kann meine Perspektive erzählen. Und Elia hat eine völlig andere und deshalb wollen wir zusammenarbeiten, damit ich zumindest noch eine Person habe, auf die ich die Schuld schieben kann. Und außerdem weiß Elia viel mehr über das Judentum als ich. Elia, du hast ein Buch geschrieben, warum man nicht Jude werden soll, oder? Genau. Das Buch heißt Wie werde ich Jude und wenn ja, warum? Und auf der Rückseite des Buches steht dann, bitte tun Sie es nicht. Also eine Anleitung zum Nicht-Konvertieren. Und ein humoristisches Buch mit sehr ernstem Inhalt. Perfekt. Das brauchen wir. Wir brauchen ein humoristisches Video mit sehr ernstem Inhalt. Denn ich habe so viele Fragen bekommen, die so grundlegend waren. Und ich glaube, es ist eine fantastische Gelegenheit, um einfach nochmal die Basics aufzuräumen. Und dieses Video, das ihr jetzt hier seht, dreht sich um die Basics Judentums, nämlich Wer sind Juden? Ich lese eure Fragen vor und wir beantworten sie. Elia, bist du bereit? Ich bin bereit. Ist das Judentum eine Religionsgemeinschaft oder auch eine Abstammungsgemeinschaft? Das ist die mit Abstand häufigste Frage, die gestellt wurde. Und die Antwort ist ja. Es ist beides. Es ist sowohl eine Religionsgemeinschaft als auch eine Abstammungsgemeinschaft. Auch Volk genannt, allerdings in einem anderen Sinne, als das deutsche Volk meint. Es ist vielleicht eine sehr komplizierte Frage, wenn man Religion und Abstammung aus der Perspektive des Christentums betrachtet, weil das Christentum eine missionierende Religion ist. Das heißt, sie kommen zu verschiedenen Völkern und sagen, ihr werdet jetzt Christen. Ich habe das früher mal verglichen. Ich habe gesagt, okay, man wundert sich, dass Abstammung und Religion hier dasselbe sind. Aber bei indigenen Völkern zum Beispiel würde man das nie hinterfragen. Man sagt, das ist Volk XY, die leben da und da und die glauben an das und das. Und da wolltest du mir, glaube ich, direkt widersprechen, Elia. Widersprechen nicht, aber es ist halt eine Sichtweise, die schon ein bisschen problematisch ist, weil genau das, was an dem deutschen Volksbegriff so gefährlich ist, ist, dass er immer irgendwie an eine imaginäre Rasse gebunden ist. Das heißt, Deutscher kannst du nur sein, wenn du weiß bist, wenn du biodeutsch bist, wie man sagt. Und wer das nicht ist, der hat große Probleme, jemals im deutschen Volk aufgenommen zu werden. Und das wird ja jeder bestätigen, der mit der falschen Hautfarbe in Deutschland aufgewachsen ist. Der kann perfekt Deutsch sprechen, selbst mit dem lokalen Akzent, im deutschen Pass haben, deutsche Eltern. Er wird niemals als wirklich deutsch anerkannt, weil die Bezugehörigkeit zum Volk wird eben auch an der Hautfarbe zum Beispiel ausgemacht. Und das jüdische Volk ist da komplett anders, weil wir haben überhaupt gar keine Verbindung zu Äußerlichkeiten. Diese jüdischen, typischen jüdischen Äußerlichkeiten sind eigentlich Sachen, die uns von außen zugeschrieben worden sind. Und speziell, wenn man hier in Israel unterwegs ist, sieht man Juden in jeder Form, Größe und Farbe. Wir haben die äthiopischen Juden, wir haben die aschgenasischen, polnischen Juden, wir haben die ganzen Juden aus den arabischen Ländern. Und die sehen alle komplett verschieden aus. Und so eine völkische Volksbezeichnung passt dann einfach nicht. Das heißt, wenn man sagt, Juden sind auch ein Volk, dann meint man Volk mehr so im Sinne von Familie. Man kann in eine Familie einheiraten, man kann zu einer Familie dazugehören, egal woher man kommt. Im Judentum ist es so, dass man Jude ist, wenn man von einer jüdischen Mutter geboren ist. Punkt. Warum Mutter? Weil man bei der Mutter genau weiß, wer die Mutter ist und beim Vater nicht immer genau. Und man kann ins Judentum konvertieren. Ja, habe ich da getan. Ich bin lebender Beweis. Ist nicht so einfach, ist relativ schwer, dauert im Schnitt so um die drei Jahre. Aber wenn man das dann gemacht hat, gehört man auch wirklich dazu. Eine andere Schwierigkeit, die Leute mit dem Volksbegriff haben, zusammen mit Judentum, ist, dass sie Judentum als Religion begreifen. Und wenn man sagt, ich bin Jude, aber ich bin Atheist, dann klingt das wie ein Widerspruch. Und für uns ist das völlig normal. Man kann sogar Jude sein und Christ. Man kann auch die sogenannten J for J, Jews for Jesus. Man kann Buddhist sein, man kann alles Mögliche sein und trotzdem Jude. Weil diese Volkszugehörigkeit ist etwas, was zwar nicht unabhängig von der Religion ist, aber eben auch ohne die Religion weiter bestehen kann. Genau. Das heißt, das Judentum ist eine Religionsgemeinschaft, eine Volksgemeinschaft und eine Schicksalsgemeinschaft. Hast du Lust, kurz zu erklären, was die Schicksalsgemeinschaft ist? Die Schicksalsgemeinschaft, das ist ein Wort, was ich gerne benutze, um es irgendwie zu veranschaulichen. Weil wir haben ein gemeinsames Schicksal. Und das gemeinsame Schicksal ist leider, leider eben auch die Verfolgung, die wir über die Jahrtausende immer wieder erfahren haben. Das ist sozusagen die nichtreligiöse Schicksalsgemeinschaft, die wir haben. Und theologisch gesehen sind wir eine Schicksalsgemeinschaft, weil wir von Gott, also von Hashem, den Auftrag haben, die Tora durch die Generationen zu tragen. Und das ist unser Schicksal. Das heißt, Schicksalsgemeinschaft bedeutet eben, dass man unabhängig davon, was jeder Einzelne denkt und fühlt, doch irgendwie einen Zusammenhang hat, der von außen kommt. Weil Schicksal ist etwas, was von außen kommt und nicht von innen. Und das verbindet uns auch mit den äthiopischen Juden. Genau, und bei denen ist es schwierig, weil bei den äthiopischen Juden, die sind ja zwischen dem Bau des ersten und des zweiten Tempels von dem Rest der Juden getrennt worden. Und haben eine komplett andere Tradition, andere Sprache, andere Kultur, eine sehr, sehr afrikanisch geprägte Kultur. Und trotzdem gehören sie zur Schicksalsgemeinschaft. Und das ist etwas, was für mich, wo ich mit äthiopischen Juden hier in Israel zusammenlebe, nicht in Frage steht, aber für Außenstehende teilweise doch schon irritierend ist, würde ich sagen. Okay, nächste Frage. Das ist dann dich. Wie wird man Jude? Muss man etwa ein Versprechen ablegen, sich an die jüdischen Werte zu halten? Ja, wie man Jude wird. Beim Jude werden ist die Religion doch wiederum am Platz Nummer eins. Wir haben ja eben gesagt, man kann Jude sein, ohne religiös zu sein oder überhaupt ohne an den jüdischen Gott zu glauben. Wenn man Jude werden will, ist das auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Wer nicht an den jüdischen Gott glaubt, braucht es gar nicht erst probieren. Und das Prozedere habe ich, wie gesagt, in dem Buch komplett aufgeschrieben. Es gibt es leider nur noch als E-Book. Aber im Grunde genommen ist es so, man geht zum örtlichen Rabbiner und sagt, ich möchte gerne Jude werden. Der Rabbiner wird sagen, tut mir leid, wir nehmen keine neuen Mitglieder heute auf. Dann geht man wieder hin, dann kriegt man wieder diesen Spruch. Und beim dritten Mal sagt er dann, okay, schreib mir doch mal schriftlich, warum du das gerne möchtest. Und dann wirst du üblicherweise, nachdem du mindestens dreimal abgelehnt worden bist, aufgenommen in so eine Art Urkurs. Das heißt, dass du lernst die Feiertage, die Philosophie, die Ethik, die Theologie. Und dann wird auch versucht, dass man dir, naja, so einen Partner gibt, eine Partnerfamilie möglichst, in der du die ganzen Feiertage miterleben kannst, mitfeiern kannst. Und dann nach etwa drei Jahren, wenn du jeden Feiertag mindestens zweimal erlebt hast, dich selbst nochmal entscheiden kannst, willst du das wirklich. Es gibt auch Leute, die sozusagen diese Prozedur mitmachen und dann sagen, hey, war schön, aber muss nicht. Und dann sitzt man vor einem jüdischen Gericht, einem Betedin, und kriegt Fragen gestellt zum jüdischen Leben. Und die fragen dann hauptsächlich, also auch per Wissensfragen, aber hauptsächlich Fragen wie, wo kaufst du deinen Käse? Weil, wenn du die Frage beantworten kannst, wissen sie, dass du ein jüdisches Leben lebst. Weil dann wissen sie, dass du dir herausgefunden hast, wo der koschere Käse-Lieferant in deiner Stadt ist. In Israel würden sie das nicht fragen, weil da geht man in jeden Supermarkt, aber in Deutschland ist es halt eine übliche Frage. Und wenn sie dann merken, dass du tatsächlich das jüdische Leben schon lebst, dann sagen sie, alles klar, du gehörst dazu, machen dir einen Termin für die Mikve, und wenn du ein Mann bist, müssen sie dir noch ein bisschen was von deinem abschneiden. Wie wir schon gesagt haben, man kann als Jude Atheist werden. Man kann sich als Jude taufen lassen, das haben viele Leute getan. Was man nicht ablegen kann, ist die Abstammung und die Schicksalsgemeinschaft. Wobei, wenn du zu mir sagst, ich bin nicht Jude, ich sehe mich nicht als Jude und ich möchte nicht so genannt werden, würde ich persönlich das respektieren. Ja, im Grunde genommen hast du recht. Wenn so jemand zu mir kommen würde und sagt, ich bin kein Jude und ich will auch nicht so genannt werden und ich brauche einen zehnten Mann für ein Gebet, dann würde ich ihn trotzdem nehmen. Oh ja, die ist sehr sinnvoll. Das Judentum lebt davon, dass wir mit verschiedenen Traditionen aufwachsen. Tradition ist für uns fast genauso wichtig wie religiöse Gesetze. Und jede Strömung im Judentum hat seine eigenen Traditionen. Traditionen, die sich teilweise sogar widersprechen. Zum Beispiel, wir Aschkenasen dürfen an Pessach auf keinen Fall Reis essen. Es wäre schrecklich, wenn auch nur ein Reiskorn bei uns in der Küche wäre. Bei Sepharden wiederum ist das völlig normal. Und das heißt, äußerlich gibt es sehr große Unterschiede. Und wenn wir die äthiopischen Juden noch dazunehmen zu dieser Gleichung, dann ist es bei denen nochmal komplett anders. Bei denen heißen sogar die Rabbiner anders und die Feiertage heißen ein kleines bisschen anders. Aber trotzdem sind alle diese verschiedenen Strömungen kompatibel miteinander. Das heißt, sie haben alle ein Minimum, auf das sie sich einigen können, einen gemeinsamen Nenner. Und diese Vielfalt ist das, was gelebtes Judentum ja auch schön macht. Also ich habe eine sephardische Synagoge um die Ecke und ich gehe auch manchmal gerne zu den Sepharden. Jetzt zu Corona nicht, aber die haben andere Gesänge, die haben andere Riten. Und ein bisschen Abwechslung ist ja nicht schlecht. Stimmt es, dass Juden ihre Abstammungslinie bis zu den Anfängen der zwölf Stämme zurückverfolgen können? Ich kann meine Abstammung bis zu meinen Großeltern zurückverfolgen. Also nein, das stimmt nicht. Es stimmt ein bisschen. Es stimmt ein bisschen, weil die zwölf Stämme, bis zu den zwölf Stämme kann man nicht zurückverfolgen, bis auf einen Stamm. Und das sind die sogenannten Leviim oder Kohanim. Leviim und Kohanim behaupten zumindest bis heute, dass sie ihre Abstammung bis zu Aaron, dem Bruder von Moses, zurückverfolgen können. Alle anderen können das nicht. Welche Sprachen sprechen Juden? Was sprechen wir beide gerade? Wir sprechen Deutsch und ich habe mir sagen lassen, manche Juden sprechen auch Französisch. Manche Juden haben Klingonisch gelernt. Ich glaube, die relevante Kategorie hier ist, gibt es dezidiert jüdische Sprachen und da gibt es das Althebräisch, das immer noch sehr relevant für die Religion ist, weil wir die Tora in Althebräisch lesen und in Althebräisch beten. In Israel wird Evrit gesprochen oder Neuhebräisch. Und es gibt hier in Europa Jiddisch. Meine Großeltern haben sich noch auf Jiddisch gestritten, damit wir sie nicht verstehen. Und das ist eine Sprache, die dem Deutschen sehr ähnlich ist. Und nicht zu vergessen Ladino. Es gibt noch das Ladino, das ist das Spanisch der spanischen Juden. Und die größten Gruppierungen an Menschen, die Jiddisch sprechen, leben in Israel und in New York, glaube ich. Und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass das Althebräisch und das moderne Evrit sehr nah beieinander sind. Das heißt, ein Schulkind, was hier aus der dritten Klasse kommt und perfekt lesen und schreiben kann auf Hebräisch, kann die Tora im Urtext lesen. Sind Juden weiß? Das ist eine der kompliziertesten Fragen, die ich kenne, weil das auch im Judentum heiß umstritten ist. Erstens, offensichtlich sind nicht alle Juden weiß. Es gibt dunkelhäutige Juden. Es gibt schwarze Juden. Was ist aber mit den hellhäutigen Juden, die so aussehen wie ich? Es gibt einen ganzen Streit darum, weil die Kategorie weiß und nicht weiß ja eigentlich außerhalb des Rassismus keinerlei Sinn ergibt. Das heißt, die relevante Kategorie ist, bin ich weiß für Rassisten? Sprich, würden sie mich in Ruhe lassen, wenn sie an die Macht kommen? Und die Antwort darauf ist, nein, nein, würden sie nicht. Ich zähle für Nazis nicht als weiß. Gleichzeitig kann ich auch nicht sagen, ich bin nicht weiß, ich bin irgendwie Person of Color, weil ich natürlich keinerlei Alltagsrassismus erlebe. Ich kann verstecken, dass ich eine Jüdin bin. Niemand würde mich belangen. Insofern sagen Juden häufig, sie seien white passing oder sie werden weiß gelesen. Wie siehst du das, Elia? Ich sehe es genauso. Und das ist auch ein großer Unterschied zu diesen ganzen Problemen mit dem Alltag. Wenn ich in Deutschland bin, dann verstecke ich meine Kippa unter einem Hut. Meine Zizid, diese Schaufäden, kann ich in die Hose stecken. Und niemand wird auch nur am entferntesten ahnen, dass ich Jude bin. Und ich werde mich nicht mit Antisemitismus aktiv auseinandersetzen müssen auf der Straße, während jemand, der eine dunkle Hautfarbe hat, das nicht wegschminken kann einfach oder anders irgendwie verstecken. Und damit ist natürlich auch die Diskriminierungserfahrung von Juden eine andere als die von People of Color. Danke. Ich hoffe, das war lehrreich. Wir haben, um alle eure Fragen zu beantworten, noch weitere Videos geplant, zum Beispiel rund um die jüdische Kultur, den Umgang mit Juden, den Besuch von Synagogen und das große Thema des Antisemitismus. Wenn ihr mehr über das Judentum erfahren wollt, habe ich euch unten in die Beschreibung eine Linkliste gepackt. Da könnt ihr nachlesen. Und ich habe außerdem in die Beschreibung einen Paypal-Link für diese Miniserie getan. Ausnahmsweise betrachtet es als Hut, der herumgegeben wird, wenn ihr ein kleines Dankeschön mitgeben wollt für mich und Elia und Karol Kassmonaut, der so nett ist, diese Videos für uns zu schneiden. Einen wunderschönen Tag euch allen. Danke.